Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Free-to-Play-Friday, einem neuen Format, was ich gerne ausprobieren möchte, in dem ich euch jeden Freitag ein kostenloses Spiel zeigen möchte, vorstellen möchte. Das kann mal was Ernsthaftes, Vernünftiges sein, das kann aber auch ganz doll viel Blödsinn sein, Singleplayer genau wie Multiplayer. Einfach, dass man das mal gesehen hat. Immer wird das Spiel auf jeden Fall kostenlos sein. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung packen. Da werden vielleicht auch mal, so wie in diesem heutigen ersten Fall hier, auch die ein oder andere Perle dabei sein, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und was ich euch heute zeigen möchte, ist Deadbolt, ein Spiel, was noch ganz tief in der Entwicklung steckt. Und dieser Demo-Release-Kandidat hier, diese Alpha-Version, ist verfügbar zum Download. Ich habe euch den Link in die Beschreibung gepostet und das wird wahrscheinlich nicht für immer kostenlos sein. Das ist von einem einzelnen Entwickler gemacht, der unter anderem auch an Risk of Rain mitgearbeitet hat. Hier ist also durchaus ein bisschen Programmiererfahrung, gerade im Indie-Bereich, Pixel-Bereich, Pixel-Art-Bereich dabei. Und das ist ein ganz witziges Spiel, so ein bisschen so die Side-Scrolling-Variante, würde ich sagen, von Hotline Miami. Eine ganz interessante Geschichte. Viel Hintergrund gibt es jetzt dazu noch nicht, wie gesagt, das ist so eine Art kostenlose Alpha-Version, die man mal ausprobieren kann. 5, 6, 7, 8 Level sind da dabei, die man spielen kann, wo man die Grundlagen des Gameplays mal ausprobieren kann. Und es ist durchaus sehr, sehr spaßig und es funktioniert wie folgt. Ich steuere diesen Typen hier und wie man schon so leicht sehen kann, ich glaube, das soll so eine Art Totenkopf sein, den der hat. Ich bin also auch nicht so richtig von dieser Welt. Ich steuere mit WASD den Typen hier hin und her. Ich habe hier meinen Mauscursor zum Gucken. Und das ist mein Hauptquartier, in dem ich mich in den Sessel setzen kann und kann hier mich mit dem Feuer unterhalten. Und dieses Feuer gibt mir Missionen, die ich zu erfüllen habe. Und wenn ich das hier so ein bisschen gelesen habe, ist es also so, in der Welt, in der wir spielen, dieses Spiel hier stattfindet, gibt es eine neue Droge, die, glaube ich, Ash heißt. Und Leute, die diese Droge nehmen, werden zu Zombies. Und unsere Aufgabe ist es, zumindest das, was ich bisher gesehen habe, in den meisten Fällen, entweder diese Zombies auszulöschen oder die Drogen zu vernichten. Und wie gesagt, so kriegt man hier über diese Geschichte so ein ganz kleines bisschen Storyline ab. Hier steht jetzt Mission Unlocked. Wenn man das gemacht hat, schaltet man so immer die Missionen frei. Und wenn man dann fertig ist, kann man hier hinten hingehen zu den Missionen. Und hier kann ich also eine auswählen. Die sind momentan eben so in diesem Baum hier aufgebaut. Und so kann man die einzelnen Missionen, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier, die habe ich ja schon, ob ich die nochmal machen kann. Geht das? Zombie Kings. Kann ich die nochmal machen? Ja, die kann ich nochmal machen. Und so sieht das also in der Regel aus. Erinnert mich von der Optik her auch ein bisschen an Gunpoint. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Und wir sind also dieser Typ. Wir starten mit dem Revolver 32er Kaliber. Und ich könnte jetzt hier verschiedene Sachen. Ich kann jetzt hier reingehen. Das sind die Zombies. Die sind unterschiedlich. Alle sind sie mit hübschen Baseball-Mützen ausgestattet. Hier liegt noch eine weitere Waffe rum, die ich mitnehmen kann. Und die haben hier Golfschläger. Das sind also Nahkampf-Zombies. Die hier oben könnt ihr sehen, der hat eine Waffe in der Hand. Das ist dann also jemand, der im Notfall oder im Zweifel auch auf mich schießen würde. Und ich kann verschiedene Sachen machen. Ich kann jetzt hier die Tür öffnen einfach mit E. Aber ihr seht auch schon, wenn ich R drücke, dann klopft der. Aber niemand reagiert. Ne, niemand reagiert. Das ist, ne, manchmal funktioniert das, wenn die dichter zu dicht dran stehen. Aber ich kann auch hier diesen Ventilator, diesen Ventilator, diesen Ventilator, wie sagt man, Lüftungsschacht. Ich kann hier auch einfach an diesen Lüftungsschacht reingehen. Und ihr habt schon gesehen, dann löse ich mich hier in diese komische Rauchwolke auf. Und kann so durch Rohrleitungen und Ventilationsschächte mich auch durch die Level bewegen. Und jetzt kann ich hier bestimmt, wenn ich jetzt hier klopfe, Ja, die zwei haben das mitbekommen. Warum er das nicht? Er hat das auch mitbekommen. Oh. Ihr seht schon. Ja, man muss zum Schießen leider vorher die rechte Maustaste zum Anlegen drücken. Das habe ich in dem Fall einfach mal vergessen. Ähm, und wenn man die Maustaste gedrückt hat, kann man nicht mehr interagieren. Das heißt, ich muss also schnell sein. So. Habe ich die hier erstmal alle erlegt. Da oben hat keiner reagiert. Oh, hier sind drei Leute drin. Wie viel Schuss habe ich noch? Drei Stück. Das ist wenig. Ähm, ich glaube, dann mache ich erstmal hier kurz nochmal diese Variante. Zack, das hier mal nicht bekommen. Nein. Das ist sehr in Ordnung. Ich finde das total cool, irgendwie mit diesen Ventilationsdingern. Das ist echt lustig. Kann ich jetzt die Waffe aufnehmen mit dem Mausrad, kann ich zwischen den Waffen wechseln. Jetzt kann ich hier auch rein. Ah ja, okay. Also wenn ich jetzt hier rausgehe, dann muss ich auch relativ schnell sein, weil beide von diesen Zombies haben Waffen. Und ich wähle also eine Situation aus. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Der kommt jetzt hier rein. Ihr seht auch, je weiter ich weggehe, umso weniger genau sind meine Schüsse. Das ist auch Teil der... Oh. Huiuiuiui. Da habe ich gerade schweigen gehabt. Und was ich auch machen kann, ich kann auch in Deckung gehen. Ja, also das geht also auch. Wenn ich dann aber anlege, dann... Oh, das war mein letzter Schuss und der hat gesessen. Oho, da habe ich aber schweigen gehabt. Und damit tatsächlich auch das Level beendet. Und hier kann ich jetzt... Also ich kann auch ganz normal natürlich über Treppen laufen. Hier kann ich auch in Deckung gehen. Dann nimmt er den Tisch hoch. Das ist alles unglaublich cool gemacht. Ich finde das sehr, sehr lustig. Hier kann ich glaube ich auch in Deckung gehen. Genau. Und wenn ich die Mission erfüllt habe, gehe ich zu meinem Auto zurück. Ganz wie wir das von Hotline Miami auch kennen. Und dann war es das. Dann kriege ich noch eine kleine Zusammenfassung. 81% war meine Genauigkeit. 31% Headshots. Das ist nochmal so eine kleine Statistik. Und so gehe ich dann weiter. Und ich werde jetzt mal auf jeden Fall noch ein weiteres Level versuchen mit euch zusammen. Hier kann ich wieder mit den Flammen reden. Ich gehe jetzt mal nicht weiter auf den Text ein. Das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Wenn ihr das Spiel runtergeladen habt und es ausprobieren wollt. Ich finde das jetzt... Ich müsste dann wieder anfangen zu übersetzen und so. Das fällt mir ja mal. Ihr wisst ja nicht, weil ich mit dem Englisch aber diese simultane Übersetzen. Da gibt es Leute, die werden fürstlich dafür bezahlt, um sowas zu machen. So, dann probieren wir erstmal hier. Gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Da kommen wir hier oben an. Und das ist... Das hat mir tatsächlich dieses Feuer auch gesagt. Das ist hier ein spezieller Zombie. Der hat eine Shotgun. Der verträgt deutlich... Der kann deutlich mehr einstecken. Als die anderen. Und das Ding ist wahrscheinlich... Wird der hier oben dann auch aufmerksam werden und runterkommen. Ich probiere es. Ja, den haben wir. Ich habe die Tür mal wieder zugemacht. Erstmal irgendwie gucken, was passiert. Ob die runterkommen. Ja, der eine kommt runter. Die kommen beide runter. Ich habe noch zwei Schuss. Ich weiß nicht, ob die die Tür aufmachen. Das Blöde ist... Ich hätte mir wahrscheinlich die Waffe holen müssen. Von... Die Shotgun. Ich probiere es jetzt mal kurz. Mit den letzten beiden Schüssen. Also das war auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich die Shotgun. Und hier kann ich jetzt auch Inspect Drugs machen. Da kann ich die inspizieren. Und ich muss da hoch, weil ich brauche die Waffe da oben. Sollen wir mal kurz gucken, wie ich da hinkomme. Wenn ich jetzt hier... Ich müsste... Ich muss versuchen, die beide mit einem Schuss zu bekommen. Kann auch nicht laufen. Ich habe sie nicht beide mit einem Schuss bekommen. Das ist schlecht, weil jetzt habe ich nämlich keine Munition mehr. Habe ich noch irgendwas? Ne, ich habe keine Munition mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da oben an die Waffe rankomme. Vielleicht hier... Ja, das funktioniert. So, jetzt habe ich einen 9mm. Und hier sind auch Messer. Also das hätte ich irgendwie sozusagen auch machen können. Wenn ich da lang gegangen wäre, hätte ich auch... Es gibt also auch Nackernwaffen. Und ihr seht hier, ich kann übrigens auch Licht ausmachen. Das sicherlich beeinflusst, dass nochmal die Reaktionszeit der Zombies da draußen stehen. Noch zwei. Die Rauchen habe ich hier drin. Dann habe ich noch einen. Okay. Sobald ich hier rauskomme, gucken die mich schon an. Das ist ein bisschen doof. Das ist blöd. Oha. Das war knapp. Aber es war okay. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch die beiden da unten draußen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, wie man hier laufen muss. Und ihr habt schon gesehen, wenn ich sterben sollte, muss ich das ganze Level nochmal von vorne anfangen. Dementsprechend, je weiter man kommt und je weniger Zombies da sind, umso spannender wird das, weil man natürlich keine Lust hat, dann beim letzten Zombie abzukratzen. Das müsste doch jetzt eigentlich gewesen sein. Das müsste doch jetzt eigentlich gewesen sein. Stage cleared. Sehr schön. Sehr schön. Wo ist das Auto? Ich glaube, wenn ich hier... Zack, zack. Ja, sehr gut. Na, das war doch gut. 70% Genauigkeit, 37% Headshots. Okay. Wahrscheinlich, der Rang setzt sich aus diesen Sachen zusammen und natürlich auch die Zeit und so. Die Kills sind ja, da man eh alle erlegen muss, sind die Kills wahrscheinlich ohnehin festgelegt. Und ich bin mal sehr gespannt, was in Zukunft irgendwie mit diesem Spiel noch passieren wird. Oh, New Gun. 9mm Pistol. Achso, damit kann ich jetzt wahrscheinlich anfangen. Was sie sich also noch ausdenken, was so die Progression angeht, das ist also nur ein kurzer Ausblick auf das Kern-Gameplay dieses Spiels, Deadbolt. Aber ich denke, da wird noch einiges mehr kommen und ich freue mich da drauf. Und ich finde es cool, dass man das jetzt mal einfach kostenlos ausprobieren kann. So, ich gehe mal kurz hier rein. Mal schauen, wo wir hier hin kommen. Da landen wir direkt bei diesen Typen. Was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehe? Der platzt einfach. Und ihr seht, es ist auch dementsprechend viel Blut und alles involviert. Hier habe ich jetzt einen Schützen und einen Shotgun-Schützen. Ich glaube nicht, dass das so schlau ist, da reinzugehen, wenn die in meine Richtung gucken. Hier wird das auch schwierig. So, das war gut. Mal kurz die Tür wieder zu. Es hat aber sich niemand dafür interessiert. Wie viel Schuss habe ich noch? Drei. Das reicht auf keinen Fall für die Jungs. Oh doch, hier komme ich aber. Ich brauche diese Waffe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall brauche ich diese Waffe. Aber das wird ohnehin schon unglaublich schwer werden. Ich werde hier rausgehen, sobald er hier ist, damit ich sie beide in derselben Richtung habe. Ich habe keine Mumpeln mehr. Und dann kommt natürlich auch gleich von unten der Typ rein. Das ist dementsprechend schwierig dann. Achso, ich werde mir erst mal den Toilettensitzer holen. Das finde ich total cool gemacht irgendwie. Wie gesagt, ich mag ja auch diesen Stil. Ich mag ja durchaus diese Pixel-Optik, die da dabei ist. Und da habe ich generell was übrig für und finde das hier in dem Fall auch sehr hübsch umgesetzt. Der 32er Revolver, der hat halt immer nur sechs Schuss und man kann keine Munition dafür aufnehmen. Mit drei Schuss kriege ich den niemals hier, den dicken. Das wird nicht funktionieren. Ich brauche erst mal noch eine andere Waffe. Und ich komme hier, das ist auch das Problem. Ich komme, wenn ich hier rausgehe und die erschieße Krachmacher, kommen die von unten. Das heißt, ich müsste eigentlich versuchen, den hier zu kriegen. Ich müsste hier das abwarten, hier reingehen. Lauf. Ja, das hat nicht funktioniert. Die kommen sofort hoch. Oder vielleicht muss ich auch erst mal hier reingehen. Ihr seht schon, die Level werden dann größer. Und durchaus auch unübersichtlicher. Sprich, also man muss hier sich ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man das von der Planung macht. Ich kann aber auf jeden Fall mal erst mal den Toilettensitzmann hier. Den kann ich mir auf jeden Fall erst mal schnappen, weil das ist wie so ein Free-Kill. So, hier kann ich jetzt relativ bedenkenlos reingehen erst mal. Und mir den hier unten schnappen. Wahrscheinlich kommt der dann runter. Das nehme ich jedenfalls mal an. Und die Frage wird sein, wie viel Schuss brauche ich für den Dicken. Ob ich dann noch genug habe für die da oben. Aber das werden wir ausprobieren. Genau. Eine fantastische Idee. Ich lasse mal den Closet-Sight erst mal da. Weil. So. Die gehen alle nur in Deckung. Herkommt tut keiner. Achso. Oh, jetzt kann man. Kann ich das nicht austauschen? Doch. Jetzt habe ich einen Knife und die Shotgun. Die Shotgun ist immer so ein bisschen. Naja, für die zwei Schuss war es doch sehr, sehr gut. Jetzt habe ich das Knife und den Revolver. Okay. Also, was ist das? Burn Drugs. Genau. Hier kann ich jetzt auch die Drogen verbrennen. Cover im Kühlschrank suchen. Da oben gibt es auch noch Drogen zu verbrennen. Ah ja. Wahrscheinlich komme ich aber über die Ventilatoren. Oh, oh, oh. Da kam noch jemand. Wirklich? Wann hinten hat der mich erschossen? Verdammt. Ah, Mist. Zu, zu. Shotgun. Wird der gerne wieder. Eben habe ich drei hier unten erlegt. Sehr gut. So, dann tausche ich die Shotgun gegen das Knife. Und was haben wir hier? Ah ja, das ist doch, das ist doch sehr in Ordnung. Ich weiß nicht genau, was ich... Geht der nach unten? Der geht ganz nach unten. Und... Ich kann das Messer auch werfen, aber dann ist es natürlich weg. Oh, da kommt jetzt noch ein zweiter. Ähm... Mit zwei Headshots würde ich die bekommen, ne? Super. Es ist schon echt abgefahren. Ich kann hier noch ein zweites Messer jetzt mitnehmen, weil dann kann ich notfalls wirklich eins werfen. Ach so, die Drogen kann ich immer wieder verbrennen, oder was? Was ich mir jetzt von da oben auf jeden Fall noch hole, ist diese Pistole. Neun Millimeter, sehr gut. Gut, hier sind zwei drin. Okay, gut. Habe ich mich zu doof angestellt. Aber ihr habt, glaube ich, erkannt, worum es in diesem Spiel geht. Das macht eine Menge Spaß. Natürlich ist es ähnlich wie bei Hotline Miami. Es hat eine gewisse Frustration natürlich dabei, weil man immer wieder von vorne anfangen muss. Aber das Gameplay selber, es steuert sich gut. Es macht viel Freude, sich zu überlegen, wie man da am schlauesten vorgeht, um alle Zombies, alle Drogen-Zombies, die auch irgendwie interessant aussehen, wie ich finde, zu erledigen. Oder eben gegebenenfalls andere Ziele zu erreichen. Denn in dem Fall soll ich gar nicht alle Drogen-Dinger verbrennen. Und wenn ich davon alle habe, dann hätte ich diese Mission geschafft. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe, diese erste Folge von Free-to-Play-Friday mit tatsächlich mal einem, wie ich finde, wirklich interessanten und guten Spiel hat euch gefallen. Und ich sage wie immer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.